In Tübingen hat am Montag die insgesamt dritte Menschenrechtswoche begonnen. Die von 15 Tübinger Hochschulgruppen organisierte Veranstaltungswoche steht 2017 unter dem Motto Menschenrechte leben, Demokratie stärken. Sie umfasst unter anderem Workshops, Podiumsdiskussionen, Poetry Slams und Ausstellungen. Ziel sei es, das Bewusstsein von Menschenrechten und deren Bedeutung als Basis unserer Demokratie zu stärken und menschenrechtliches Engagement zu fördern und zu fordern. Mit dabei auch prominente Diskutanten. Im Mittelpunkt auch Auszeichnungen von Menschen für ihr besonderes menschenrechtliches Engagement.